Wie viel? 100 Orens. 200. Du bist kostbar, aber was zur Hölle? Lass sie sehen, dass ich das Wettbewerb über alles andere place. Mehr zu saufen. Wird wahrscheinlich auf einen Kampf hinauslaufen. Ist ja immer so. Dann sagt er irgendwann, Halt, Stopp. Hör auf, mich zu verkloppen. Naja. Wollen wir mal sehen. Da ist ein... Ich nehme mal an. Da habe ich was gesehen, was nach Troll aussieht. Schön, dass man immer diese eindeutigen Felsen hat, an denen man hoch und runter klettern kann. Nein. Nein, was? Keine Passage. Gib Vodka, ihr Passage. Ich bin wie ein Kieber-Tee. Keine Vodka, keine Passage. Okay. Hoppla. Hm. Wir könnten es mal... Da könnten wir es mal versuchen in der Falle. Einfach mal, um mich zu ärgern. Wow. Shit. Okay. Das war nicht der Plan. Okay. Das hat er einen Stein schon wieder fallen lassen. Nein, ich habe nichts ergeben. Der Stein tut scheiße noch mal weh, aber... Bin ich zu weit weg? Ich meine, damit kann ich leben. Holy Son of a Bitch. Oh shit. Jetzt sag nicht, dass ich nicht gespeichert habe. Wo war der letzte Speicher gepumpt? Oh Gott, eine halbe Ewigkeit, oder? Wenn ich Pech habe. Ah, nee. Okay. Puh. Okay. Ich will mal kurz in mein Elementar gucken. Hm. Doch. Ah, komm. Mach das Damage-Ding da rein. Dann kann ich mir Schaden anrichten. Das hilft schon. Okay. Wir waren... Wir waren jetzt dabei... ...den Troll... ...zu bequatschen. Oh. Noch eine Falle. Ouch. Verdammt. Nehmen wir die mal mit. Vielleicht hilft das uns gegen den Troll. War hier nicht noch irgendwo einer? Oh ja. Das Arm. Was war das? Nochmal das Arm-Trap und mitnehmen. Kann man bestimmt brauchen, wenn man die entsprechend hinlegt. Sollte das eigentlich... Moment. Hier war noch welche, ne? Es gab zwei Ärger. Von irgendwem. Oh, lass mich mal kurz hier durchgehen. War auch nicht. Warte, ist da... Ich hatte eine Falle gehört. God. Ah, shit. Okay. Okay. Okay, cool. Hm, schon habe ich keinen Ärger mehr. Nein, du sollst die Falle mitnehmen. Das ist ein Kerl. Das andere Vieh ist einfach weg. So, und hier hatte ich irgendwo noch eine Falle. Ah, na gut. Ach so, ich muss ja jetzt auch... Oh, ich bin nah genug, ich muss dem Kerl helfen. So. Danke, Master. Na gut, den Text kenne ich ja soweit schon. Ähm... Okay, gut, jetzt muss ich wieder zurück. Ach, vielleicht hätte ich es noch nicht einsammeln sollen. Den Schutz erst... Ich muss erst später einsammeln. Obwohl, ich werde ja wohl nicht so lange brauchen, um wieder zum Troll zurückzugehen. Vielleicht überlebe ich dann doch ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall schön. Ah, da ist er. Okay, ich bin in den Falschen... Ja, da bin ich in den Falschen weggegangen. So. Wunderbar. Wollen wir mal sehen. Vielleicht sollte ich auch vorher speichern, das wäre auch eine Idee. Oh ja, und wenn ich... Ich habe jetzt noch einen anderen Fall mitgenommen. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen was davon benutzen. So. So, speichern wir. Gang saved. Wunderbar. So, fangen wir an. Nehmen wir die... Sprengfalle. Setzen wir hier hin. Vielleicht noch hier hin. Müssen wir ja irgendwie reinlocken, ne? Snare. Vielleicht, da tun wir noch hier eine hin, damit er da vorher reintritt, oder weiß. Irgendwie sowas. Lassen wir es mal da bei, hm? Nein. Oh, verdammt. Ich war mir klar, du bist sauer. Komm her. Oh, shit. Au. Das ist ein falschen Moment. Mist. Au. Ich hoffe, das hat ihm wehgetan. Oh, er ist in die Falle getreten. Oh, wie wär's mit... Komm doch mal hierher. What? Jans hat noch geschwunden. Okay. Okay. Wow. Shit. Oh, diese Steine. Okay, vielleicht sind die Fallen nicht das, was ich brauche. Vielleicht muss ich dir mit den... Ich hab schon eine Idee. Ich hab ja die andere Falle. Die mag ich, ja? Vielleicht reicht's, wenn ich ihn festhalte. Ich meine, meine Ruhen sind ja tatsächlich auch noch verstärkt im Moment. Nein. Ich sehe, wie ein In... Oh, ich bin so... Oh, ich bin so... Ouch. So, ich hoffe, von hinten ist der angreifbarer. Oh. 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 Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe schon einen Trollkopf gesehen. Und das war bei dem Würfelspieler, wenn ich mich richtig erinnere. Zeig mal wieder, dass man hier... Ding, was wollte ich sagen? Ach so, dass man für alles die richtige Methode hat. Einzelner Gegner, selbst wenn er stark ist, kann nichts machen, wenn er in der Falle gefangen ist. Und wenn die auch noch verstärkt ist, hat er kaum eine Chance. War das der Spieler? Bist du der Spieler? Wo hast du die Hände? Ich habe es gekauft. Es kostet mir eine Chance, aber es war wert. Niemand in Lobinden hat einen Trollkopf. Wer von dir kaufen? Dimitri. Wer würde dauerkennen, einen Trollkopf in seine eigene Hände? Wo kann ich diesen Dimitri finden? Das weiß ich nicht. Aber du findest, dass er seine Freunde carousing in der Inn in der Nacht. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich werde dir einen guten Preis geben, wenn du lieber einen Trollkopf verkauft. Hm. Wir können ein paar Dice für das, wenn du es mir kostet. Danke. Das war sehr hilfreich. okay dann würfeln wir um den kopf mal sehen was habe ich denn eins oh der hat eine Würfel rausgeworfen 1, 3, 3 4, 6 oh der hat 2, 5 er hat 2, 5 eine 6, eine 2 die Wahrscheinlichkeit dass ich noch eine 3 würfel Drilling schlägt 3, 9 oh shit ich habe aber warte warum hat er die Würfel wieder warum hat er einen Würfel mehr wieder ich habe gewonnen so wollen wir mal gucken ob er Trolltongue Trolltongue Crafting Components Stuffed Trollhead oh man Stuffed Quest Item Sonnenaufgang Sonnenuntergang 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 würde mal sagen es ist Sonnen oh können bestimmt Trolltongue 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 mal erstmal er ist im Inn das ist gut mal sehen müssen wir mit dem auch ein Würfelspiel machen müssen wir ihm auf die Nase hauen oder überreden oder überreden ähm Schlägerei warum nicht gute Schlägerei tut er immer gut hopps da ist Blut hoppla ok äh könnten wir ein bisschen was wieder ablegen nur zum warum machen wir nicht na gut hm dann gehen wir doch mal zum Friedhof na zum Glück wird er angezeigt dann ist das kein Ratespiel wo irgendwas sein könnte oder ist mal gucken hm ich möchte stichendurch mal eine Pause machen oh und da oben nehme ich mal an äh Weg nach oben müsste hier rechts sein hm nee das ist die falsche Richtung so wollen wir mal sehen hm vier Leute wenn die Ärger machen wollen dann fange ich besser mal an wenn dann das Schwert okay vielleicht kann ich ja mehr als einen vielleicht kann ich ein paar da rein ordinary elf he won't know shit he won't know shit he is pointy check we'll dress the corpse in green and collect an even hundred heard melena makes more than that i guess robbing the soldier is better business than robbing elves i'll not hear of that whore again got it treacherous rag she'll get what she deserves won't be long now couldn't satisfy her can't fault the girl for being ambitious and the stiff on the ground is who some spy from Vizina soon to be our squirrel's grave mate Larito told me to get rid of him and since we've got this vacancy in the boneyard thought i might do our friend a small favor he don't look like no spy they never do once they're dead oh almost forgot might pay to search him good and thorough before we plant him in the dirt you dimitri why the fuck do you want to know